Ich bin Sabine Becker. Ich bin Teil von Becker Personal und Perspektiven. Wir sind ein vierköpfiges Team und unterstützen Unternehmen vorwiegend in der Region Berlin und Brandenburg, in der Personalberatung und Personalgewinnung natürlich auch. Mein Name ist Sylvia Timm, ich bin hier die Personalleiterin im Kongresshotel und wir beide arbeiten schon eine ganze Weile zusammen. Die absolute Wohlfühlatmosphäre überzeugt uns alle täglich und die absolut optimale Infrastruktur des Hauses ist sowohl für uns als auch für unsere Mandanten ein toller Vorteil. Sie ist vertrauensvoll, sie ist schnell, zügig, wir arbeiten gern zusammen, wir haben Spaß bei der Zusammenarbeit und wir integrieren tolle Ideen. Vertrauen, das ist zum Beispiel eines der wichtigsten Grundlagen für uns. Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Dienstleistungsfirmen. Seriosität, Kundenorientierung, Empathie, die Chemie muss einfach stimmen. Das sind so auch Dinge wie Termintreue, wie Schnelligkeit, das sind alles die Dinge, die wir an Personalvermittlungsfirmen stellen und das ist genau das, was wir bei Bäckerpersonal und Perspektiven gefunden haben. Wir arbeiten seit, ich denke, zehn Jahren. Zehn Jahre haben wir jetzt schon zusammenarbeiten und diese Zusammenarbeit ist ein richtiger Mehrwert für uns. Das heißt, wir ersparen uns Zeit und damit auch Geld. Es ist so, wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann beziehen wir immer Bäckerpersonal und Perspektiven mit ein. Das läuft auch unkompliziert. Ich sage dann an, welche Stellen wir suchen. Sie schaltet die Anzeigen, geht dann auf die Suche, macht die ganzen Vorstellungsgespräche, macht eine Vorauswahl und dann, und das ist das Schöne, ich muss nicht zehn, zwanzig Gespräche führen, sondern sie kommt dann mit zwei, drei Kandidaten, stellt sie uns vor und bisher, muss ich sagen, haben wir immer gut gelegen. Wenn Sie mal durchs Haus gehen und unsere Mitarbeiter anschauen, ist eine große, große Anzahl von Mitarbeitern durch Frau Bäcker im Vorauswahlverfahren ausgewählt worden. Weil das Kongresshotel über eine angenehme, über eine aufgeschlossene Unternehmenskommunikation verfügt. In Unternehmen und in der Politik wird häufig über den prozentualen Anteil von Frauen in Führungspositionen gesprochen. Hier ist es so, dass ein starkes, vorwiegend aus Frauen bestehendes Führungsteam Hand in Hand mit männlichen Führungskräften zusammenarbeitet. Die Personalerin Frau Timm immer ein Ohr und immer die Zeit für die Anliegen der Mitarbeiter hat, das Kongresshotel den Mitarbeitern permanente Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet und die Langfristigkeit und damit auch Nachhaltigkeit von Arbeitsverhältnissen, Arbeitsverträgen und der Mensch im Mittelpunkt des Kongresshotels stehen.